Lululeve klagte während Let's Dance immer wieder über Schmerzen. Dann kam raus, sie brach sich eine Rippe. Jetzt macht Jana Wosenitzer dasselbe Publik. In der diesjährigen Let's Dance-Staffel mussten mehrere Promis verletzungsbedingt aufgeben. So entschlossen sich Toni Bauer und Mark Keller vor Ende der 17. Staffel zu einem freiwilligen Ausstieg, weil ihre Gesundheit ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Bert-Goktor-Star Mark Keller verzichtete wegen seiner Achilles-Sinne sogar auf sein Comeback im Finale, auch Höhle der Löwen-Star Tillmann Schulz und Fitness-Influencerin Sophia Thiel sagten ihre Teilnahme an der finalen Show schweren Herzens ab, sie wegen einer Erkältung, er wegen einer Fußverletzung. Zwei unentdeckte Rippenbrüche während Let's Dance, Staffel 17. Zwei zögen es jedoch bis zum bitteren Ende durch, Sängerin Lululeve und Sportjournalistin Jana Wosenitzer. Lululeve tanzte wohl die gesamte Staffel mit gebrochener Rippe. Ich kann kaum atmen. Habe ich mich mal wieder verletzt an der Rippe? Das habe ich ja eigentlich schon seit der Kennlern-Show. Da hatte ich mich das erste Mal verletzt an der Rippen bzw. es kann sein, dass es diese Muskulatur dazwischen ist, klagte Lululeve kurz vorm Let's Dance-Feneli in ihrer Insta-Story, trat dann aber trotzdem auf. Dass die 32-Jährige sehr taff ist, war damals schon klar, wie hart sie wirklich im Nehmen ist, zeigte sich erst später. Denn rund zwei Wochen nach dem Let's Dance-Feneli 2024 stellte sich heraus, die Blondine hatte sich tatsächlich die Rippe gebrochen, und das vielleicht sogar schon ganz am Anfang der Staffel. Die Folge, ein unschöner Knobel an ihrem Rücken, der ihr zuletzt immer mehr auffiel. Ein Arztbesuch sorgte jetzt für Klarheit. Ich komme gerade vom Arzt, wegen meiner Rippe, weil das immer noch nicht besser wurde und ich da auch irgendwie immer doller gesehen habe, dass da irgendwie was rausguckt hinten, und meine Rippe ist einfach gebrochen, so Lulule am 6. Juni auf TikTok. Und tatsächlich, Aufnahmen beweisen, dass sich die gebrochene Rippe regelrecht in die Haut bohrt. Trotz Schmerzen und Knobel am Rücken, Lululewe steckt Rippenbruch locker weg. Bereits in der Kennenlernshow scheint sie sich die Rippe angeknackst zu haben, zog die Staffel aber mit jeder Menge Schmerztabletten durch. Bei der Generalprobe für ihren kleinen Minitanz im Finale habe sie dann ein Knacken gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Meine Managerin hat schon gesagt, ne, du, du gehst jetzt deinen Rücken tepen. Ich möchte, nicht, dass du hierbleibende Schäden davon trägst, berichtete Lewe vor einigen Wochen auf TikTok. Sie habe sich zunächst gewehrt, da ihr Kleidrücken frei war, sich dann aber doch überreden lassen, da die Schmerzen doch größer gewesen seien als die Eitelkeit. Man ist so voller Adrenalin, dass man das währenddessen gar nicht so richtig merkt, was da abgeht, sondern erst am nächsten Tag. Das Ganze sei nun bereits über zwei Wochen her, so Lulu damals, die Schmerzen seien jedoch nicht besser geworden, weshalb sie am Ende doch zu einem Arztbesuch entschlossen haben. Und ja, die Rippe ist gebrochen, so Anfang Juni ihr Fazit. Ein Rippenbruch könne zwar sehr gefährlich sein, in ihrem Fall sei die Sache aber nicht allzu schlimm. Sie sei jetzt getappt worden. Aber ist alles auch nur halb so wild, bei mir geht's wirklich, gab sie Entwarnung. Sie könne sogar ihren Kardiosport weitermachen. Wenn sie allerdings niest, lacht oder eine bestimmte Bewegung macht, zahlt Lulu Lewe noch immer die Quittung für ihre Letztensteilnahme.